Hallo Leute, ich bin der Peter Pfarrer Unterwelt, der Obmann des Wiener Unterwelt Vereins und in dieser Stadt gibt es nicht nur sehr, sehr lange Gänge und viele Dinge, die kaum einer zu Gesicht bekommen hat, Dinge, Orte, Sachen, Bereiche, Personen und wir werden versuchen, das nach und nach zu zeigen und hoffen, ein gewisses Echo vorzurufen und vielleicht noch ein paar Leute zu finden, die auch Interesse haben, auch ein paar Ideen haben und auch ein paar Beiträge liefern wollen. Das muss ja nicht in Wien sein, das muss auch nicht nur in Deutsch sein oder nur in Englisch. Dafür machen wir eine eigene Homepage mit dem ersten Unterwelt TV in der Hoffnung, dass sich da einige anschließen werden. In diesem Sinne, schöne Grüße aus Wien, Peter, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal werden wir wieder irgendwas zeigen, wieder an irgendwelchen anderen Orten, die kaum bekannt sind. Man darf gespannt sein.